Schmeißte ich deine Garnate runter, dann geht er nämlich nach unten. Piss dich einfach mal. Los. Danke. So. Woher weihe? So. Das war meine Absicht. Ah, haben wir ein bisschen Leben verloren. Shit. Ja. Ja. Fick dich. F6. Shit. Leben. Der lebt noch, der Typ. Okay. Ja. Wenig Leben, aber... Fick dich! So, wir haben jetzt nur noch ein paar wenig Leben, aber immerhin haben wir das endlich mal durchgeschafft. Ja. Ja. Na ey, so, ne. Gießen wir so. Opfer. Verbrennen, du Hurenso. Das ist zwar voll hell und ich weiß gar nicht, wie der das überleben kann, aber... Hörn. Nochmal. Oh. So. wenn etwas blütet kann man es töten es muss noch wieder saufen ja leute ich glaube jetzt mal kurz zurück damit ich das normal betätigen kann hätte es genau das mache ich jetzt nein quatsch und jetzt f6 unser ersten boss haben wir so sagen schon gesiegt und ich sag euch 1 wir müssen darunter wir brauchen dringend von der für die waffe munition wir brauchen dringend überhaupt munition hier die ist leer die pistole das ist scheiße ja und dann gehen wir weiter und jetzt kommt ladedaten wenn ich nicht wieder hochgehe so ladedaten haben wir getötet wie tief wie lange waren der bitte so ganz normal also das ist schon ein bisschen krass ne kanal ja hier haben unser gebürztes bürger auch eine schlaue leiter muss ich sagen so kühl dich mal ein bisschen ab noch was da ist radioaktiver müll und gucken wir mal trotzdem haben dann schwimmen wir wieder nach oben schade 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 hätte ich gerne gehabt okay wir müssen doch darum aber wo wo müssen wir hin wo müssen wir hin wo müssen wir hin hallo geht's noch verstehe ich nicht das ist ein reaktor ist ein reaktor hey wo müssen wir denn jetzt hin was ist denn das denn eine scheiße ja ich krieg noch feuerschaden nö wieso nicht Ah Hallo Ähm Da spiegelt sich nur ne Tür Ja toll Und now Woll ich das jetzt verstehen? Ähm Ich weiß nicht ob ich das verstehen soll Also Ja radioaktive Müll einfach mal ins Wasser schicken Und der eine da ist Hallo Warum gehst du Hä Moment mal Ich kann hier runterschwimmen Aber es bringt mir nichts Wirklich Da ist irgendein Lichtlein Ah No Alter Was ist das? No Ja ich krieg Schaden Aber das heilt sich wieder Ähm Okay 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 Das mies Okay was haben wir jetzt bekommen Schrotmoni Toll ja Wieso nicht Warum auch nicht Die anderen bekommen ne Sag ich jetzt mal so Das könnte ich alles nicht öffnen Dann machen wir F6 Und Ne Der ist der nicht irgendwie Oh Keinen Fehler machen Äh So Nicht einfach weiter latschen Lass da die Leiter hier runter Ja fall doch Ja wieder rauschen So Hm Nichts ist da Ah hier kann ich dran drehen Ne da nicht Da Nö Okay aber da haben wir Was ziemlich geiles gefunden Muss ich sagen Eine Anzugsenergie Die ist ziemlich hell leuchtet Find ich Alles zumindest No Guck ich da hin Geht die Frame mit runter So 75 Und natürlich speichern wir Jeder Das ist Nämlich cool 86 Äh Für So Ja Ähm Mit dem Venti Find ich ne scheiß Sache Das Ähm Habt ihr auch nicht jetzt Verstanden wie es geht Was war das denn Habe ich schon mal gesagt Dass ich die Leitern hier hasse Los jetzt Danke Okay Dann rinne ich hier rüber Oh Kiste Das ist ne Geheimkiste Los Schwing rüber Und So Oh cool gar nichts Boah Fand ich zum Beispiel jetzt auch ziemlich cool Das ist das sehr Ähm Sinnfall war aber Oh Kann nicht richtig sein Und Neun Ähm Ja wir sind Nicht Und sterb nicht Jeder Auch Gordon Freeman kann durch radioaktive Sachen sterben Mal so viel Mal so viel Ah Mann Gott nee Ich frag mich die immer Also Also so wie der hier ist Ich wäre schon lange impotent F6 Wuhu Die Kiste Da in der Kiste war nichts drin Okay 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 Jetzt hab ich Caps noch an Nein das will ich nicht Nein So danke Runter Machen wir mal kurz F6 Ja doch Das ist doch richtig F9 Nochmal F6 Ob das jetzt Richtig war So Vielleicht Nö Da kommen wir nicht mal weg Also müssen wir doch hier weiter rennen Moment Äh Sogenannten Duck Jump machen Ähm Den Endsprung F9 nochmal Ähm Ja so geht das Und wir werden weiterhund machen Mit der F6 F6 ist hier die wichtigste Funktion In der ersten Spiele Und die will ich die ganze Zeit Scheiße Oh mein Gott Ich hab da drin Okay Was bringt mir das Ähm Äh Ja Okay Ja ich hab das gehabt Blockiert Ah das ging War aber halt 1 zum Beispiel gar nicht Du musst es halt darüber irgendwie kommen Springen egal wie Okay Das war's Nice Nice Das finde ich witzig Hallo Das ist los Mann F6 Spring Spring Noll Hm Noll 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 Und vielleicht noch mal Hier unter Neu Okay jetzt müssen wir es praktiziert machen Hier springen F6 am besten Direkt schon Und das Ding irgendwie so Schaukeln bringen Das sieht cool aus Das sieht sehr cool aus Mit den Lichteffekten Doch das haben sie super gemacht Und ähm Bla 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 Ich muss ich nur nervös Ich bin das Spiel weiterspielen Aber eigentlich muss ich viel langsamer spielen Weil das problem ist ja Da spielst du nicht fertig Es geht bis Xen Diesen Diesen Schätzlichen Dimensionen Da Oh 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 Ähm Ja das kann Nur No Gordon Freeman Überleben F6 Was ist denn hier so Gar nichts Donut Donut Stacks So Headcrabs Werfen Machen wir immer Die Minen Trotzdem Möchte ich gerne L-Specs einsammeln Und F6 machen Und jetzt haben wir Minen Und den Headcrap nehmen wir natürlich mit Energie Neues Kapitel Energie Nein Und unser zweiter Boss Yippies Du Spasti Geh weg Alter Alter ich gebe dir die Headcrap Ne Also Fress Headcrap Ähm Juh Dieses Monster muss ich verpissen Geh weg Geh weg Ich weiß noch nicht wohin Geh doch Geh doch Geh doch Hm Uuuhh Nein Holy shit Wo müssen wir denn hin Ja nee Ist klar Hm Ich weiß nicht wo wir hin müssen Aber ähm Derum machen wir eigentlich Automatisches Laden Das funktioniert nicht Wo war das Ja okay Hier Jetzt kracht das irgendwo runter Hier Und Alter Alter So Nein Köp ist auch schon wieder Mist Ah Schon wieder Alter Alter Was geht denn mit dir Äh Ähm F6 Und dann müssen wir Durchrennen Ich weiß nicht wohin Das war richtig Das war richtig Und dann Ich war schon wieder 山 Auf den